Laut ihrer IMDb-Seite ist Megan Markele 1,77 m groß. Dies ist auch die Körpergröße, die beim Googlen einer Variation von Megan Markele Größe angezeigt wird, sowie die Größe, die die Webseite healthyceleb.com in ihrer Analyse angibt von Markeles Vitaldaten, zu denen auch ihr Sonnenzeichen, ihre Maße und charakteristischen Merkmale gehören. Aber Megan hat über ihre Größe gelogen. Warum musste sie über etwas so Kleinliches lügen, und das lässt sich beweisen. Kürzlich traten Megan und H. am Dienstagabend gemeinsam auf, als sie überraschend bei der Bob Marley One Love Premiere im Gerät 5 Theater in Kingston, Jamaika, auftraten. Markele trug ein schwarzes Dunktop und einen langen Ballkleidrock. Allerdings gefiel mehreren Internetnutzer Markeles Waldes Outfits nicht. Sie fragten sich, warum sie sich entschied, bei einer solchen Veranstaltung einen Ballkleidrock zu tragen, was bewies, dass sie über ihre Größe gelogen hatte. Royal-Fans gaben an, dass sie derzeit 1,60 Meter groß sei. Megan wirkt auf Fotos viel kleiner als 1,90 Meter in Harry. Sie sieht auch deutlich kleiner aus als Catherine, die Prinzessin von Wales, die 1,70 Meter groß ist, und Prinz William, die 1,80 Meter groß ist. Wenn Megan über etwas so Kleinliches wie die Größe lügt, stellen sie sich vor, worüber sie sonst noch gelogen hat. Raph kritisierte Markeles Waldes Outfits bei der Filmpremiere mit der Aussage, sie sei overdressed. Warum trägt sie ein Ballkleid? Auf die Frage etwas overdressed schrieb ein anderer mit einem Gesicht voller Freudentränen. Emoji-Täter sagten, das Kleid würde sie tragen, um mit John Travolta zu tanzen, aber er sagte nein. Sie hatte das Kleid und konnte es nirgendwo anziehen, ein Ballkleid im Dreck. Eine weiter oben stehende Dame in Freizeitkleidung, aber Megan trägt in ihrer Vorstellung ein Ballkleid. Ich frage mich, was sie sieht. Megan mal lebt wahnhaft. Eine dritte Person kommentierte, warum ist Harry genauso lässig gekleidet wie alle anderen, aber Megan trägt ein Ballkleid? Sie sieht lächerlich aus. Jemand anderes behauptete, sie sehen wie immer absolut lächerlich und fehl am Platz aus. Megan mit einem weiten Ballkleid-Hock, der zu lang ist, und Harry mit 7,6 Zentimetern hohen Schuhen, die diesen Studioleiter und seine Frau bombardieren. Was für eine Peinlichkeit. Ein anderer Benutzer antwortete, Harry sieht ein bisschen grob aus. Warum trägt Megan ein Ballkleid, wenn Harry und alle anderen sie beiläufig ansprechen? Megan sieht in einem Ballkleid im Kino lächerlich aus. In der Zwischenzeit wurden Megan Markler und Prinz Harry gerade von Lady Colin Campbell dafür kritisiert, dass ihre Beziehung mit der Firma bis zum Himmel stinkte. In einem ihrer letzten Interviews mit GB News hat sie alles kaputt gemacht. Sie ging auf das Schweigen der Sussexes zu den Problemen des Unternehmens ein und sagte, dass die Situation in ihren Augen jetzt zum Himmel stinke. Sie hätten lediglich eine öffentliche Erklärung abgeben müssen, und schon wäre alles besser geworden. Aber das werden sie nicht tun, also können sie jede Situation ausnutzen, solange sie keine öffentliche Erklärung abgeben. Miss Cable fuhr fort, das Ganze stinkt in ihren Augen zum Himmel. Sogar der königliche Kommentator Phil Dampier mischte sich kurz darauf ein. Er erkannte zunächst die Möglichkeit an, dass Besorgnis bestehe, und fügte hinzu, dass es eine gewisse Sympathie für sie gebe, wenn sie eine öffentliche Erklärung abgeben würden. Möglicherweise gab es privaten Kontakt. Ich bin sicher, sie sind besorgt.